Hey Leute, hier ist wieder euer Casino Hill mit einem 3 vs. 3 mit Destiny. Zieht's euch rein, Mann. Ade Vachee. Geht raus und schnappt euch die Relikte. Niemand darf euch daran hindern. Es gibt ein neues Relikt. Na los! Die Sonde ist Aktivhüter. Wir müssen sie aufhalten. Feindliche Sonde gestört und eliminiert. Führung übernommen. Neues Relikt lokalisieren. Geht raus. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.